Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir müssen jetzt nochmal eine Base einnehmen. Das sollten wir hinkriegen, oder? Schauen wir mal, werden die uns irgendwo auf der Map angezeigt? Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen wieder eine finden. Die Frage ist, wo könnte eine sein? Ich vermute, hier könnte eventuell eine sein. Das war's, wir latschen einfach mal in die Richtung und schauen uns dort einfach mal um. Mal gucken, vielleicht finden wir ja was, vielleicht nicht. Aber erstmal hauen wir den hier eins auf die Schnauze. So, vielleicht zwei von euch Hesslans. Die meinen, die ich mir mit Sachen nach mir schmeißen. Ich glaube, zackt. Ja, und dann von mir weg werden, oder wie? So, zack, zack. So. Wieder einen einen armen Freund befreit. Gut, ähm. Ja, irgendwo müssen wir doch noch eine Base von denen finden, oder? Hier drinnen war das mit den Dingern. Ah! Wir schauen doch. Aber das wird uns sogar angezeigt, oder? Hier. Boah, das ist das, wo ich jetzt gerade herkam. Ne, da kamen wir her, okay. Ich war jetzt irritiert. Gut. Dann müssen wir ein bisschen Ausschau halten. Ich glaube, wenn wir da so ein Graffiti von den anderen sehen, von den Bugs, dann dürften wir das ja erkennen, dass da irgendwo eine Basis von denen ist. Karl kleppert hinter uns rum. So. Hier hinten. Das könnten wir mal machen. Ja, Leben sieht gut aus. Das kriegen wir hin, denke ich. Guck mal, aber. Können sie ja überraschen. Hui. Hihihi. Voll in den Schnippel. Ja, you like that, Kreek. Oh. Gute Nacht, Kollege. In den Arsch. Oh. Komm, die habe ich eh schon ein paar verpasst. Waren alle, oder? Waren das alle? Bin mir nicht sicher. Wir nehmen das Fass mal mit. Als Blaupause. Dann schauen wir uns mal weiter um hier. Irgendwo muss ja noch so ein Ding von denen sein. Boah, nice. Guck mal. Direkt wieder einen geilen Pilz gefunden. Lecker. Höh. Hallo? Willst du einen Pilz einpacken, Junge? Was ist mit dir? Was ist da rum los? Was ist der einfach einer? Waren alle? Waren alle. Nice. Ein Sofa. Ich würde sagen, in der großen Base lassen wir uns mal nieder, ne? Da würde ich mal ein paar Sachen einrichten. Gut, wir finden Blaupausen, aber keine Basis von denen. Nee, die Dinger will ich jetzt gerade gar nicht mehr machen. Da habe ich irgendwie gar kein Interesse dran. So, guck mal, da haben wir eine Feder. Die nehme ich aber mal mit. Zack. Einmal hier rüber. Was sind wir denn? Hier oben. Hier oben ist bestimmt irgendwo was von denen. Mit Sicherheit. Da bin ich mir fast sicher. Geh mal aufs Weg. Mensch. Da komm ich nicht rüber. Komm ich da hinten an? Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Da bin ich mir so eine Beere rein. Und noch ein paar Psylos hinterher. Dann trink ich noch einen kräftigen Schluck. Jetzt bin ich voll drauf. So, die Feder holen wir uns. Gibt es ja bestimmt noch mehr zu finden, oder? Hier am Hafen. Ist hier nebens ne Base drin gehen? Oder bin ich einfach blind? Doch, da. Hier ist eine. Drin ist einer. So, der schläft. Hast du gedacht so? Ja, tanz mit mir. Kleines Bündchen. Naja, der hessige. Ach so. Eigentlich ziemlich easy, nur ein Kreislauf nur drauf punchen. Fortschritt immer. Betritt den Unterschlupf. Ja, gut. Machen wir doch. Hey, könnten wir uns eigentlich auch niederlassen, ne? Eigentlich auch nicht schlecht. Jetzt mal gucken. Da ist ja ein Pfeil. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ah, da kommt jetzt das ganze Zeug, was wir bauen können. Das können wir dann alles aus Pappe machen und sowas. Ist das okay. Boah. Was ist das denn immer? Ne, das ist nicht alles aus Pappe. Ja, das sind schon coole Sachen dabei, ne? Gut. Das Ding ist, wir müssen es jetzt nicht machen. Das können wir bestimmt auch mal irgendwann machen. Aber jetzt gerade nicht. Ich bin mal aufs Dach. Vielleicht gibt es da was cooles. Bestimmt eine Feder oder so. Also noch alles. Oder auch nicht. Vielleicht ist hier auch einfach nichts. Das war so eigentlich nicht geplant. Die würde ich gerne mitnehmen. Beziehungsweise die Futter war gleich nochmal. Drei Stück für euch, ne? Kami. Kriege ich hier eigentlich was bei ihm? Ah, der hat auch so Zeug. Nice. Die haben wir nämlich auch noch gar nicht richtig geguckt bei ihm, ne? Oh, voll das. Keramik, okay. Also hier hätte ich die Keramik. Boah, die ist halt sackteuer, ne? Ich nehme halt zweimal Keramik mit. Wo habe ich denn die jetzt? Ist die jetzt bei Karl drin? Keramik. Jetzt haben wir 20 Keramik. Dann leck mich doch. So. Das war's. Da gehen wir mal ganz kurz. In unsere Base hier hinten. In unsere kleine. Das machen wir doch mal. Dann gucken wir mal, was wir da bauen können. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was loswerden. An Krempel. Ja, um die kümmern wir uns später da oben. Ja, die dackeln wir jetzt schon hinterher, ne? Ja, komm. Ihr wolltet es ja. Ihr wolltet es. Ihr habt es drauf angelegt. Nicht ich. Ne. Brauchst gar nicht zu machen. Ja, kein Thema. 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 Ja. So, unser Versteck ist irgendwo dahinten. Kann ich da eigentlich runter? Bestimmt, ne? Tatsache, und da ist ein Pilz. Ja, den nehm ich mit. Ja, wenn es hier nicht so viel Spannendes ist. Immer mit. Ja, das würde mir voll draufhängen. Ja, das würde mir voll draufhängen. Siegenräume jetzt. Uh, da sind wir. Ähm. Ich verteidige. Die wollen eh unsere Base hier angreifen, ne? Sollen sie machen? Sollen sie versuchen? Kein Thema. Hab ich kein Problem mit diesmal. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Da brauche ich noch ein bisschen Holz. Genau, den brauchen wir, den Aluminiumschmelzofen. Da brauche ich ein bisschen Holz. Nägel? Nägel sind ja wieder kein Problem. Holz bräuchte ich noch. Wie viel Holz bräuchte ich? Vier. Okay. Ähm. Okay. Nägel kann ich wieder machen. Dann könnte ich nämlich das Aluminiumblech herstellen. Okay. Nice. Ähm. So, jetzt kommen die gleich. Kann man kurz. Oh, stopp. Die Zeit ist perfekt. Ähm. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Was machen wir noch? Ähm. Ähm. Ja komm. Das machen wir jetzt. Wenn wir eh kurz vorm Angriff hier sind. So. Jetzt kommt mal her. Ihr Klappspaten. Kommen sie von allen Seiten? Äh. 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 Jo. Das war's schon. Nice. Die Fallen waren jetzt eher unspektakulär. Aber hat ein bisschen was bewirkt glaube ich. Okay. Ähm. Genau. Was ich jetzt noch gucken wollte. Schnell. Genau. Hier Sachen anbauen. Kleiner Blumentopf. Könnte ich ja eigentlich mal machen. Aber wir machen hier die Beete hin. Ich brauche wieder zwei Nägel. 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 Dann so so. Das muss ich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. wie das hier mit dem. Nein. Jetzt habe ich zu wenig Schrott. Das gibt es doch nicht. Ah. Dreck. Karl komm mal her. Wie sieht es denn aus? Was haben wir denn da? Guck mal. Ähm. Schmeißen. Schmeißen den da rein. Schmeißen den hier noch. Nein. Das können wir aber nehmen. noch was. Was ich da rein schmeißen kann. Naja. Du hast noch ganz viel. Nein. Noch was. Das hier kann ich da noch rein. Oh die Lebensdauer sieht nicht so gut aus. Wie repariere ich das jetzt? Wie war denn das? Hm. So. Ach so. Okay. Ja. Gut. Ich dachte der ist schon fast ganz kaputt. Aber der hat erst 10 Dinger runter gehabt. Jetzt verstehe ich. Okay. Alles gut. Gut. Komm mal da rein. Ja. Dann machen wir erstmal ein bisschen Schrott. Dann machen wir hier. Kann ich was reinpflanzen. Dann gucke ich gleich mal was ich da reinpflanze. Was können wir denn anpflanzen? Was haben wir denn da? Zwiebelsamen. Blume. Orangensamen. Aubergine. Gurken. Birne. Wachsen Birne nicht an Bäumen? Ich pflanze jetzt keinen ganzen Baum. Gelbsteinsamen. Ich gitt. Oh. Was machen wir denn da? Oh. Die sehen cool aus. Die nehme ich. Die mache ich mal darüber. Was ist das hier? Tabaksamen. Okay. So. Tabak können wir auch machen. Gut. Alles klar. Da. So. Ich mache mal schnell nochmal so einen Blumentöpfle. Hau mal drin. Da. Mal einfach so hier hin. Nee. Mehr will ich gar nicht machen. So. Schmeißt er das halt immer wieder da rein, ne? Er ist manchmal ein bisschen hakelig hier mit der Steuerung, finde ich. Da könnte man noch dran arbeiten. Was ist mit ihm eigentlich? Will er hier überwintern? Hä? Einen Schwabbel will ich hier nicht. Weg mit dir. Gut. Machen wir hier weiter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht umschmeißen. So. Dann holen wir uns gleich noch ein bisschen Holz. Dann machen wir mal diesen Aluminiumofen, würde ich sagen. Gehen wir nochmal. Wo ist denn hier unser Kollege? Wo hat denn da seinen hässlichen Laden? Bist du? Vor allem ist der komische Schrottklauen. Ich habe vergessen, wo der Laden ist. Hier, ne? Hier war der, glaub ich. Hier war der, glaub ich. Dann gehen wir nochmal in die Richtung. Dann haben wir nochmal ein Bombenauftrag. Bin ich jetzt eigentlich? Oh. Diese Steuerung macht mich kircheln bei dem Spiel. Wenn ich hier umgehe, ist schneller. Also in andere Richtung. Ah, fuck. Wir sausen einmal darüber. So. Ah. Irgendwo dahin muss er sein. Autsch. 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 Da ist doch sein hässliches Zelt. Ich siehs doch. Gut. Dann holen wir mal kurz Holz. Moin. Ja, ja. Beziehen wir nix. Das ist hier Holz. So. Holz haben wir jetzt. Und dann gehen wir. Noch mal zurück zu unserer Basis. Und dann schauen wir. Wasserwahn. Wo muss ich denn? Hier war das, ne? Ja. Ja. Ja, die ist vielleicht jetzt nicht so spannend. Bin auch wieder ein bisschen ruhiger. Ich merke schon wieder. Ähm. Aber muss jetzt auch mal sein. Ich will jetzt einfach mal gucken, was wir hier noch so alles bauen können. Würde mich halt echt interessieren. so. Zack. Zack. Gut. Wir können wieder in den Baumodus. Und jetzt dürften wir doch eigentlich. Ja. Nice. Was? Der braucht viel Platz, ne? Der braucht viel, viel Platz. Der braucht viel, viel Platz. Ich mach den einfach hier hinten hin. Äh. 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 Kannst du Schrott. ich jetzt den nehmen? Kann ich den dann hier einschmelzen? Oder wie? Brennstoff. Ähm. Äh. 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 Was ist Brennstoff? Holz? Oder wie? Hahaha. So. Da bin wir gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Cool. Haha. Jetzt haben wir Barren. Do we really need it? Und aus den Barren kann ich dann dieses Blech machen. Oder? Ich brauche zweimal Barren für ein Blech. Wow. Das ist teuer. Gut. Wir. Wir. So. Wir können jetzt auf jeden Fall. Das ist teuer. die Dinger machen. Okay. Was können wir denn noch alles machen? Kiste. Einfaches Bett. Papierleiter. Äh. Pableiter. Joa. Klingt sicher. Kochen. Das könnten wir sogar schon machen. Kochstation. Was? Machen wir doch einfach. So. Was? Sonst tun wir das. Okay. Alles klar. Erika, du solltest wirklich versuchen, diese Dinge zusammen mit der Alchemistation zu verbinden. Ich mag das Spiel, es ist alles total bescheuert und lustig und aber die Steuerung von Carl, die ist fürchterlich, manchmal. Manchmal ist sie okay, manchmal ist sie fürchterlich. So, wo müssen wir hin? Nach da oben. Da ist eine Feder. Wir könnten auch mal wieder zur Taubenfrau gehen. Du wirst keine bessere Behandlungen finden. Ich dachte, da kann ich was machen. Nun gut, alles klar. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für die Folge. Die war jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen langweiliger, aber ich hoffe, es hat trotzdem einigermaßen unterhalten. In der nächsten Folge wird es bestimmt wieder spannender und wir gehen dann auch wieder zu unseren radikalen, radioaktiven Ratten. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also, dann würde ich sagen, macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.